Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation, dem Podcast für feine Menschen, die ein wahrhaftiges Leben in Verbundenheit und Bewusstheit kreieren wollen. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass Du Dir Zeit nimmst zu lauschen. Die heutige Folge bewegt die Frage, wie und ob man Trauma überhaupt heilen oder integrieren kann, wenn man sich nicht erinnern kann? Diese Frage wird häufig gestellt in der Praxis und es gibt klare Antworten darauf. Ich wünsche Dir wertvolle Erkenntnisse und wohltuende Inspiration beim Lauschen. Immer wieder einmal tauchen gewisse Fragen in Bezug auf traumatherapeutisches Arbeiten auf. Es gibt auch ein paar Missverständnisse oder vielleicht sogar Mythen über die Traumatherapie. Viele Menschen denken, wenn sie an Traumatherapie denken, an ein, ich zitiere, was ich häufig höre, Wühlen in der Vergangenheit. Also sie assoziieren damit, dass man sich intensivst mit den Inhalten der Vergangenheit oder eben der traumatischen Erfahrungen beschäftigt. Das ist in der modernen Traumatherapie nicht die Regel und das ist auch nicht bei jedem Trauma oder jeder Art von Traumatisierung nötig, sich explizit mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Das wäre allerdings ein anderes Thema. Eine weitere Frage, die häufig aufkommt in Bezug auf Traumatherapie, ist die. Wie kann ich denn überhaupt von meinem Trauma heilen, wenn ich mich daran nicht erinnern kann? An diese Frage angelehnt taucht auch immer wieder die Frage auf, was denn unbedingt sein muss, um von einem Trauma heilen zu können. Also ob man sich beispielsweise auch unbedingt erinnern muss, was man ja vielleicht gar nicht will. In dieser Folge jetzt soll es eben um die Frage gehen, kann man auch traumatherapeutisch arbeiten, wenn der Mensch, der genesen will, der seinen Transformationsprozess voranbringen möchte, sich nicht an die Geschehnisse erinnern kann? Die Antwort ist definitiv ja. Das soll aber nun nicht das Ende der Podcast-Folge sein, sondern ich möchte dir ein bisschen etwas darüber erzählen und erklären, denn das bringt wiederum ein bisschen mehr Licht in die Hintergründe von Trauma, Traumafolgen und dem, was es braucht, um Trauma heilen und integrieren zu können. Tatsächlich ist es so, dass wir uns als Menschen an gewisse Dinge in unserer frühen Kindheit nicht erinnern können, beziehungsweise richtig gesagt an gewisse Phasen in unserer Kindheit, nämlich die ersten mindestens ein, zwei Jahre, nicht wirklich erinnern können. Und was meine ich, wenn ich sage, wir können uns nicht wirklich erinnern? Erinnerung ist für uns als Erwachsene am ehesten definiert als etwas bildlich vor sich zu haben, sich daran erinnern zu können, wie es sich angefühlt hat und es erzählen zu können, was wir erlebt haben. Diese Fähigkeit, sich so differenziert zu erinnern, ist eine Fähigkeit, die nur dem ausgereiften Gehirn gegeben ist. In frühen Phasen unserer Kindheit sind gewisse Bereiche unseres Gehirns noch nicht ausgereift und deswegen ist ein sogenanntes explizites Erinnern uns nicht möglich. Dennoch gilt die Grundregel und die ist sofort nachfühlbar, wenn man sie hört, dass wir uns auf einer anderen Ebene an alles erinnern können, was jemals geschehen ist und von Bedeutung war. Nämlich, einfach gesagt, auf der Ebene unseres Körpers. Unser Körper ist in jeder Situation unseres Lebens dabei, auch wenn unser Geist spazieren geht oder wenn wir vielleicht in Dissoziation uns von unserem Körper gewissermaßen abspalten, auch dann ist unser Körper dabei. Auch in der Zeit unserer frühesten Kindheit und bereits intrauterin, also im Mutterleib, ist unser Körper ein fühlendes, wahrnehmendes Wesen, das Information, sogenannte Erinnerung, auf gewissen Ebenen speichert. Das bedeutet, dass wir nichts, was uns jemals geprägt hat, vergessen, aber wir erinnern auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir Traumatisierungen behandeln wollen, die in diesen frühen Jahren stattgefunden haben, dann sind das die Traumatisierungen, die wir nicht alleine mit einer kognitiven oder verhaltensmäßigen oder Gesprächstherapie bewältigen können. Das möchte ich ein bisschen genauer erklären. Wenn wir Frühtraumatisierungen erleben in unserer Kindheit, in Utero, als kleine Babys und als kleine Kinder, wenn wir Entwicklungstrauma erleben, also in unseren kritischen Entwicklungsphasen traumatisiert werden oder auch wenn wir transgenerational überlieferte Traumatisierungen mitnehmen, dann sind all diese Traumatisierungen präverbale Traumatisierungen, also Traumatisierungen, die dann stattgefunden haben, als wir noch kein sprachliches Ausdrucksmittel und Verarbeitungsmittel entwickelt hatten. Wir waren noch nicht in der Lage, Worte zu bilden und auch unser Verstand war noch nicht in der Lage, abstrakte Zusammenhänge zu bilden. Diese frühen Phasen unseres Lebens finden sozusagen in der Welt des Fühlens und Spürens statt. Hier ist das neurobiologische Level ein Level, auf dem vor allem das, was genau in diesem Augenblick gespürt wird, die Welt erfüllt. Es gibt wenig bis gar kein Zeitempfinden, das linear wäre, sondern es ist ein intensives Erleben im Hier und Jetzt. Das heißt, alles, was wir erleben, findet auf einem somatischen, also körperlichen Level statt. Und alles, was wir verarbeiten müssen, findet dann auch auf einem somatischen, also körperlichen Level statt. Wenn wir früh Entwicklungstrauma, Bindungstrauma erleben, dann wird immer wieder viel Energie mobilisiert in dieser Zeit. Im traumatischen Geschehen, also in Hochstress-Erlebnissen wird Überlebensenergie mobilisiert. Diese Überlebensenergie, die in den Momenten des traumatischen Stresses mobilisiert wird, soll dazu dienen, dass eine Korregulation stattfindet, also jemand da ist, der uns aus dem Stress heraushilft und der uns, ja, einfach gesagt rettet. Wenn das nicht geschieht, wenn wir in traumatischen Stresssituationen alleine gelassen werden, also die Situation wirklich manifest traumatisch wird, dann kann diese Energie demobilisiert wurde, nirgendswohin. Das System des kleinen Wesens bleibt dann häufig in einer hohen Erregung stecken oder auch in einem sogenannten Shutdown des Nervensystems, weil es keine andere Chance hat. Über mobilisierte Energie und den sogenannten Shutdown kannst du einiges erfahren in meiner Podcast-Folge oder den verschiedenen Folgen zur Polyvagal-Theorie und zum Nervensystem und ich lade dich ein, hier einmal reinzuhören, wenn du das vertiefen möchtest, was ich hier gerade andeute. Also in einem kleinen Körper-Seele-Geist-System wird Energie mobilisiert. Sie kann sich nicht durch Korregulation wieder abbauen oder abreagieren und sie bleibt, wenn man es ganz einfach sagen möchte, in diesem kleinen Wesen stecken. Diese Art Traumafolge, dass Energie im System stecken bleibt, Energie hoher Erregung und Energie starker Untererregung, führt häufig später zu Symptomen. Und zwar zu einem breiten Spektrum aus Symptomen. Im Grunde zu jedem möglichen Symptom, das aus einem dysregulierten Nervensystem entstehen kann. Und das reicht von Bindungsthematiken über Verhaltensthematiken bis hin zu auch manchmal schweren somatischen, also körperlichen Thematiken wie Autoimmunerkrankungen. Auch dazu findest du übrigens eine Folge in den Shownotes verlinkt. Also es entsteht ein großes Spektrum an Symptomen, wenn die früh aufgebrachte, im System stecken gebliebene Trauma-assoziierte Energie im Körper weiter wirkt. Das führt in der Regel bei vielen, vielen Menschen zu einer großen Odyssee und einer langen Phase der Falschbehandlung manchmal oder einer völligen fehlenden Behandlung. Vieles, vieles bleibt unbehandelt, weil es unerkannt bleibt. Frühe Traumatisierungen, die zu Symptomen führen, wären hier das Objekt der Behandlung. Also wir müssten uns der Ursache der Symptome widmen, damit Symptome sich abbauen können. Wenn Symptome aber nicht als Traumafolgesymptome erkannt werden, dann arbeitet man auch nicht an der Ursache und es tut sich nachhaltig nicht wirklich etwas Erlösendes. Das sei hier einfach auch noch hinzugefügt. Diese Überlebensenergie, die im Körper steckt, die Überlebensmechanismen, die hier gespeichert sind in unserem Körper, lösen sich nicht mit der Zeit. Es vergeht nicht von alleine. Das wäre ein weiterer Mythos über unsere komplexe Neurobiologie und unser gesamtes Wesen. Wenn diese Energie in unserem System weiter festgehalten ist und darin kreiselt, dann brauchen wir eine Unterstützung, die dabei hilft, diese Energie sanft zum Ende zu bringen. Sie abzubauen, sie abzureagieren, sie zu entladen. An dieser Stelle ist es vielleicht auch noch einmal ganz wichtig zu sagen, dass das, was ich jetzt gerade beschreibe als es steckt im Körper fest oder es ist noch gehalten im System, dass wir das als eine Art Gedächtnis beschreiben können. Man bezeichnet das heute als das implizite oder prozedurale Gedächtnis. Das heißt, es sind Erlebnisinhalte gespeichert auf einer Ebene, die eben nicht sprachlich, nicht kognitiv erfassbar ist, aber die durchaus in unserem Körperbewusstsein, in unseren Körperempfindungen und in unserer Art von Wahrnehmung von uns selbst, unserem Feldsense, also der Art und Weise, wie wir uns im Hier und Jetzt wahrnehmen stattfindet. Das heißt, wenn wir Trauma, das früh und vorsprachlich stattgefunden hat, also jenseits unserer expliziten Erinnerung behandeln wollen, dann müssen wir uns auch dieser Ebene zuwenden. Es ist also noch einmal einfach gesagt absolut möglich, mit den Inhalten unserer Erfahrungen zu arbeiten, ohne dass wir direkt mit den Inhalten unserer Erfahrung arbeiten müssen. Wir arbeiten dann in der Traumatherapie mit dem, was wir erleben, was wir fühlen und was unser Körper erzählen kann. Unser Körper hat ein unglaublich differenziertes Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis, das prozedurale Gedächtnis ist extrem feingetunt. Es gibt unglaubliche Erfahrungen, die Menschen berichten und die ich auch selbst in der Praxis schon bezeugen konnte. Häufig zeigt sich das implizite Gedächtnis beispielsweise in solchen Momenten wie im Rebirthing oder Unwinding, was alles interessante, ja ganz spezielle Therapiemethoden, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann oder darf, auf jeden Fall Werkzeuge sind, um an tiefe, tiefe, frühe Erlebensinhalte heranzukommen. Auch das holotrope Atmen gehört dazu. Viele Menschen sammeln hier Erfahrungen, wo sie sehr überrascht sind, was alles passiert, wenn ihr Körper beginnt zu sprechen. Diese Methoden können sehr wertvoll sein, aber sie gehören meiner Meinung nach in traumainformierte Hände, in traumasensible Hände bei Menschen, die sich auch auskennen mit Übererregungs- und Untererregungszuständen, die Traumafolgen erkennen können und die Menschen einfach einen sicheren Rahmen geben können. In der Körper-Trauma-Therapie, wie ich sie beispielsweise von Kathy Kane gelernt habe, ihre Methode nennt sich Trauma-Touch, arbeitet man mit dem prozeduralen Gedächtnis und zwar unabhängig davon, ob das Trauma vorsprachlich oder auch im Erwachsenenalter stattgefunden hat. Und ich habe sehr berührende und unglaublich beeindruckende, im Sinne von eindrucksvolle Sitzungen mit Menschen erlebt. So habe ich beispielsweise mit einer Klientin, ohne dass wir dort ganz gezielt hingesteuert hätten, eine Geburtserfahrung wieder prozessiert. Das fand in einem sehr sanften und in einer sehr verlangsamten und gehaltenen Art und einem Tempo statt, sodass es in jedem Augenblick im Stresstoleranz-Toleranz-Fenster stattfand, was die Klientin erlebte. In dieser Art Verarbeitung kommuniziert der Körper über starke Empfindungen, autonome Bewegungen, zum Beispiel über ein neurogenes Zittern, dass Muskeln beginnen zu zittern oder zu zucken. Häufig kommen tiefe Emotionen auf, die in der Vergangenheit ungehalten, unreguliert und in Einsamkeit stattgefunden haben und die dann in der Therapie mit der Begleitung einer Therapeutin oder eines Therapeuten endlich den Raum und den Rahmen erfahren, um fließen zu dürfen. Diese Sitzungen sind keine Spaziergänge, aber sie sind auf einer super urtiefen Ebene entlastend. Eben auf dieser Ebene, die ganz, ganz früh stattgefunden hat und die in unserem ganz, ganz tiefen Inneren noch wirkt. Für meine Klientin, und sie ist eine Stellvertreterin für einige Klientinnen und Klienten, mit denen ich im Geburtsgeschehen gearbeitet habe, war es ganz, ganz wundervoll, erstaunlich, was sich nach dieser Sitzung für sie nach und nach verändert hat. Es ist ein bisschen so gewesen, als würde sie zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich in ihrem Körper ankommen. Das hat auf der einen Ebene sehr gut getan und auf der anderen Ebene einen neuen Prozess eröffnet, der vorher nicht möglich war. Sie konnte zum ersten Mal die Beziehung zu ihrer Mutter anders reflektieren. Sie konnte zum ersten Mal oder fortan die Beziehung zu ihren Gefühlen von Einsamkeit und fehlendem Vertrauen reflektieren. Diese eine Sitzung, bei der sie nicht gesprochen hat, was sie denkt, sondern bei der ihr Körper gesprochen hat und wir das Ganze mit wenigen Worten begleitet haben, hat sich etwas tief in ihrem Inneren ins Bewusstsein gearbeitet und dort einen lichtvollen und warmen Platz bekommen. Eine andere Klientin war mit mir in einer Sitzung und wir haben beide danach noch lange darüber gesprochen, wie phänomenal diese Sitzung war im Sinne der Erfahrung, die sie mit ihrem Körper machte. Hier ging es um ein Phänomen der hohen Anspannung und Unruhe im Körper. Meine Klientin wusste nicht, wieso sie diese Unruhe in sich trug und wir arbeiteten auf der körpertherapeutischen Ebene und sie lag auf meiner Behandlungsliege und ich war mit meinen Händen an ihrem Hirnstamm, an dem Zentrum unserer Reflexe und unserer Überlebensreaktionen. Das ist eine Technik, die ich hier jetzt nicht weiter erkläre, aber in jedem Falle ist das eine sehr entspannte und auch sehr intensive Art, mit Themen in Kontakt zu kommen. Dann begann meine Klientin langsam ihre Arme zu bewegen und sie konnte mir in diesem Moment sagen, Verena, das macht mein Körper jetzt wirklich selbst. Ich bin ein bisschen irritiert, aber ich lasse das mal zu. Und wir beobachteten dann gemeinsam, sehr verbunden und sehr präsent, was ihr Körper erzählen wollte. Und es entwickelte sich eine Bewegung in ihrem Körper. Die Arme begannen zu kreisen, gegenseitig von unten nach oben und von oben nach unten. Und zunächst wirkte es ein bisschen wie ein Um-sich-Schlagen, aber es hatte auch etwas von Rückenschwimmen. Und als ich das so sah, fragte ich sie oder sagte ich ihr, du, das sieht irgendwie so aus, als würdest du im Wasser rückenschwimmen. Und dann begann der tiefe Prozess. In diesem Moment konnte meine Klientin kognitiv eine Verknüpfung herstellen zu der autonomen Bewegung ihres Körpers. Sie war einige Jahre zuvor mit einer Gruppe Taucher im Urlaub unterwegs gewesen. Und wie in einem schlechten, schrecklichen Film wurde sie, ihr Mann und ein anderer Mann vergessen, mit dem Tauchboot wieder abgeholt zu werden oder mitgenommen zu werden. Das bedeutete, die drei Taucher, sie und die beiden Männer, waren an der Wasseroberfläche und das Boot war weg. Sie waren nicht nah genug an der Küste, um dorthin zu schwimmen und sie waren, ja, so weit draußen, dass es also keinen Sinn ergab, zu schwimmen. Meine Klientin erzählte, dass sie in einem Moment nach der Realisierung, dass sie hier jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation gefangen waren, anfing Panik zu bekommen. Und sie in ihrer Panik entschied, sie müsse zum Ufer schwimmen. Falls du selbst schon einmal getaucht bist, dann weißt du vielleicht, dass man als Taucher, als Taucherin, eine Sauerstoffflasche mit einer Schwimmweste an eine Schwimmweste gebunden auf dem Rücken hat. Und um an der Oberfläche zu sein, ist diese Weste mit Luft aufgeblasen. Das heißt, man kann nicht Brust schwimmen, es sei denn, man geht ganz in die Bauchlage, sodass der Kopf, das Gesicht auch wieder unter Wasser ist. Das heißt, die Option, sich fortzubewegen an der Wasseroberfläche, ist das Rückenschwimmen. Und meine Klientin beschrieb mir dann, wie sie panisch anfing, Richtung Ufer zu paddeln und die beiden Männer sie fest hielten, um sie an Ort und Stelle zu halten. Denn es wäre, wie gesagt, aussichtslos gewesen, an Land, an Richtung Ufer zu schwimmen. Diese Situation, die übrigens selbstverständlich, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, kurze Zeit später aufgelöst wurde. Es war nicht so wie in diesen schrecklichen Filmen, die man sich weder als Taucher noch als Schwimmer je anschauen sollte, dass sie da irgendwie ewig hingen und es dann wirklich kritisch wurde, sondern sie wurden schnell glücklicherweise wieder eingesammelt. Aber es reichte durchaus für einen Moment der großen Panik und Todesangst, den wir als traumatisches Erlebnis definieren können. Meine Klientin hat in diesem Moment ein Erlebnis gehabt im Wasser, dass ihr Körper in der Überlebensreaktion autonom gehandelt hat. Sie wollte mit aller Kraft losschwimmen. Es wurde viel Energie mobilisiert. Sie wollte mit aller Kraft Richtung Ufer schwimmen und sie wurde von den zwei sie beschützen wollenden Männern festgehalten. Ihre Überlebensenergie konnte sich in diesem Moment nicht entladen. Sie konnte nicht abreagiert werden, sondern sie blieb dann gegen ihre Körperempfindung in dieser Situation letztlich erstarrt. Als wir dann zusammen auf der Liege waren und sie ihren Körper autonom diese Bewegungen nachvollziehen ließen, löste sich diese aufgestaute und gehaltene Energie aus der traumatischen Erfahrung. Für meine Klientin und auch für mich war das ein unglaublich eindrückliches Erlebnis, weil die Weisheit des Körpers wusste, was zu tun ist, um die gehaltene Spannung, die noch im Körpersystem festgehalten war, abzubauen. Wir wären kognitiv nie, wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass es da vor vielen Jahren einmal diese Situation im Urlaub im Wasser gegeben hatte. Nach dieser Sitzung, wo der Körper die Möglichkeit bekam zu erzählen und in einem sehr geschützten, behüteten und geführten Rahmen seine Überlebensenergie endlich zu befreien, beschrieb meine Klientin einen Unterschied in ihrem Körper. Ein gewisses Maß an Unruhe begann sich zu verändern und auch das Verhältnis zu ihrem Körper verbesserte sich in Folge dieser Sitzung. Dieses Beispiel habe ich für diese Folge gewählt, weil ich es so berührend finde und auch ein klein wenig spektakulär. Es ist nicht immer spektakulär, was wir in der Traumatherapie erleben und das muss es auch überhaupt nicht sein. Oft ist das so, dass die ganz, ganz kleinen Bewegungen und Berührungen ganz, ganz viel auslösen. Aber dieses etwas spektakuläre und sehr bildhafte Beispiel umschreibt einfach ganz, ganz gut, wie gehaltene Überlebensenergie im Körper funktioniert und wie unser implizites Gedächtnis für uns arbeitet. Die Frage, ob wir mit Trauma nur arbeiten können, wenn wir uns daran erinnern können, ist also nach wie vor die Antwort Nein. Es ist unabhängig von Kindheit oder Erwachsenenalter unabhängig von dem Lebensmoment, in dem eine Traumatisierung stattfand, an die wir uns vielleicht nicht bewusst oder auch willentlich gar nicht erinnern können, möglich mit der Energie zu arbeiten. Das ist die Essenz, die ich in dieser Folge mit herüberreichen möchte, dass wir in der Traumatherapie generell vor allem mit der Energie arbeiten, die noch im System, im Körpersystem des betroffenen Menschen unverarbeitet vorhanden ist. Selbst wenn wir über Gespräch arbeiten und selbst wenn wir mit verschiedenen vielfältigen Methoden der Traumatherapie arbeiten, geht es letztlich unterm Strich immer darum, unverarbeitete, noch nicht gelöste Energie aus dem Körpersystem zu befreien und sie zu integrieren. Und infolgedessen oder parallel dazu oder manchmal auch davor, die anderen Verknüpfungen, die mit dieser Überlebensenergie bestehen, ebenso zu transformieren. Also beispielsweise Glaubenssätze, die sich aus einem Geburtstrauma entwickeln können. Aus dem tiefen, impliziten Erleben von Verlassenheit und tiefer Einsamkeit und Lebensbedrohung können sich in der Folge im Laufe eines Lebens passende Glaubenssätze oder Glaubenssysteme entwickeln. So etwas wie, ich bin Mutterseelen allein, es gibt keine Hilfe, es gibt keine Rettung oder ich kann niemandem vertrauen, oder auch ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wichtig, ich habe keinen Platz, ich existiere nicht wirklich in dieser Welt. Diese Glaubenssätze, die sehr, sehr tief und sehr, sehr verankert sein können, haben nicht selten ihren Ursprung in einem frühen, frühen Erleben, das wir erstmal nur auf der impliziten Ebene erleben konnten und erinnern können. Das heißt umgekehrt oder ich sag mal so, das heißt übergeordnet. Wir können mit den Glaubenssätzen beispielsweise arbeiten und kommen darüber zur Körperebene oder wir beginnen mit der Körperebene und dadurch lösen sich dann auch Glaubenssätze. Das entspräche der Unterteilung von Bottom-up oder Top-down-Methoden. Bottom-up bedeutet von unten nach oben und Top-down bedeutet von oben nach unten. Und hier sprechen wir von unseren Gehirnarealen. Top-down bedeutet, wir arbeiten von den höher entwickelten Gehirnarealen abwärts bis hin zu der Instinktebene, die wir auch als Körperebene bezeichnen können. Und Bottom-up bedeutet genau umgekehrt. Wir arbeiten mit der Körperebene und erreichen dadurch die höher entwickelten und auch physiologisch höher liegenden Gehirnareale. Anders oder noch einmal vereinfacht gesagt können wir, und das ist wunderschön, davon ausgehen, dass egal an welcher Stelle wir arbeiten, es wirkt auch auf die anderen Ebenen sich aus. Es ist nur wichtig, dass wir keine dieser Ebenen vergessen. Und wenn wir die Körperebene vergessen, dann fehlt uns eine extrem wichtige Dimension für Heilung, Integration und ein Leben im Hier und Jetzt, verkörpert in unserem Körper und zu Hause in unserem Selbst. Ich hoffe, dass die Informationen, die ich hier zusammengetragen habe, dir ein bisschen Inspiration sein können, dich und dein Körperwesen zu wertschätzen und dich zu achten und ein bisschen neugierig zu sein, was dein Körper dir vielleicht erzählen möchte. Dein implizites Gedächtnis hat auch heute Erinnerungen gebildet. Und wenn du beispielsweise heute Abend im Bett liegst, könntest du dich einmal fragen, was hat mein Körper heute erlebt? Wie erinnert mein Körper sich an den heutigen Tag? Und was möchte mein Körper gerne jetzt tun, um sich wirklich zu entspannen? Möchte er tief atmen? Möchte er sich rekeln, recken und strecken? Möchte er sich noch einmal richtig bewegen? Oder möchte er sich einfach einkringeln und gemütlich klein machen? Ich wünsche dir mit all diesen Inspirationen wohltuende Erfahrungen und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis über deine Geschichte und über dein kraftvolles, inneres und immer dem Leben zugewandtes Körperwesen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel für dich daraus mitnehmen kannst. Wenn dem so ist, dann sei ganz herzlich eingeladen, mir einen Daumen nach oben dazulassen oder ein paar Sternchen auf iTunes dazulassen. Du kannst den YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Das Wichtigste, Schönste, was du jedoch tun kannst mit den Erkenntnissen aus dieser Folge ist, dass du sie teilst. Dass du also mit Menschen über deine Erkenntnisse, deine Gedanken und deine Eindrücke sprichst. Wenn du gerne in einer Gemeinschaft aus feinen Menschen ankommen, dich austauschen und lernen möchtest, dann sei herzlich eingeladen in meinen Membership-Bereich Gemeinsam Heilsam Verbunden, dem Safe Place für dein Nervensystem. In Gemeinsam Heilsam Verbunden treffen wir uns monatlich mindestens zweimal, je nachdem, was für eine Abo-Form du wählst. Einmal, um zu lernen in einer Live-Teaching-Session, einmal, um in einer Q&A-Session Fragen und Antworten zu teilen und je nachdem, was du gewählt hast, dann auch noch in einer Supervisions-Session, wo du Fachfragen aus deiner Praxis einreichen kannst. Es geht in Gemeinsam Heilsam Verbunden immer darum, traumasensibel auf die Welt zu schauen und Themen zu bewegen. Es gibt viele Inspirationen zur Nervensystemregulation und die Möglichkeit, wirklich regelmäßig etwas Gutes und nachhaltig Gutes für sich zu tun. Wenn dich das interessiert, dann schau doch einmal auf meiner Webseite vorbei und informiere dich über dieses ganz herzvolle und liebevoll gestaltete Angebot. Und wenn du dabei sein möchtest, kannst du auch einmal kostenlos reinschnuppern, denn der erste Monat ist ein Geschenk von mir für dich. Also völlig kostenlos. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz liebevolle Zeit. Ich danke dir sehr für dein Lauschen und ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Schau mal in die Shownotes zu den weiterführenden Ressourcen zu dieser Folge, wenn du tiefer eintauchen möchtest und lass es dir einfach gut gehen. Alles Liebe für dich und bis bald. Tschüss!